Hi zusammen. Willkommen bei einem neuen Video von mir. Wir zocken wieder Lucky Pharao. Diesmal auf 2 Euro. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Die Gewinne lassen bisher aber echt auf sich warten, muss ich sagen. Bei 2 Euro ist das Geld aber auch echt schnell wieder weg. Sollen wir das schon annehmen? Ein Power Spin? Na gut, wir probieren es einfach mal. Wobei ich glaube ich echt selten jemand erlebt habe, der aus einem Power Spin wirklich viel machen konnte. Na gut, wir konnten es immerhin verdoppeln. Gerade mal sehen. Vielleicht passiert es ja jetzt genau auf Video, dass es sich gelohnt hat. Ja. Immerhin sind wir noch am Leben. Wir konnten länger spielen, als ich dachte. Ich dachte, nach ein paar Ausbildungen wäre es schon direkt wieder vorbei gewesen. So ist es bei mir meistens zumindest. Ja, immerhin. Diamanten sind doch jede Frau gerne. Also das ist ein guter Gewinn. Weiter geht's mit 5 Power Spin. Weiter geht's mit 5 Power Spin. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, es geht auf jeden Fall besser. Ja, es geht auf jeden Fall besser. 17 Power Spin. Wenn es so weiter geht, dann bin ich zufrieden. Ja, es geht auf jeden Fall besser. 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 Janina Kamp Ja, es geht auf jeden Fall besser. Ja, es geht auf jeden Fall besser runter. Sch efficiently. Ja, Ja, das war natürlich jetzt nicht so viel. Von 17 auf 5 ist ganz schön wenig. Aber eigentlich mag ich Lucky Faro trotzdem, weil man einfach länger Spaß daran hat und nicht so schnell sein Geld verliert. Aber es ist echt ein Auf und Ab der Gefühle. Mal bekommt man was, mal bekommt man wieder gar nichts und jetzt. Aber gut, sowas ist ja überall. Oder gar nichts. Wenn die Schöne ist, dann einfach nur eine Schöne. Aber ich werde meinenugier. Und dann eben wieder, wenn sie die Schöne. Die Schöne, die Schöne ist in der Schöne, die Schöne ist und ich gebe ihnen. Vielleicht wechseln wir gleich mal den Einsatz. Warten wir es noch ab bis 175 ungefähr und dann gehen wir vielleicht mal ein bisschen runter auf 1,50 oder so. Weil so geht das Geld ganz schnell weg gerade. Der Automat ist aber sparsam bisher. Probieren wir die zwei Korrospins. Das ist gut, wir meinen schon sechs. Das ist gut. Ich hätte ja wenigstens Jock machen sollen. Neun Korrospins. Okay. Los geht's. Das ist gut. Das ist gut. Schau, dass er keine vier Diamanten gegeben hat. Das ist gut. Das ist gut. Okay. Nur noch zwei. Jetzt muss aber mal ein bisschen was kommen. Ja, sowas meine ich nicht damit. Aber gut, wir sind wieder von der 175er Grenze entkommen. Okay, letzte Drehung auf 2 Euro. Ne. Dann würde ich sagen, stellen wir mal auf 1,50. Los geht's. Vielleicht bringt uns dieser Einsatz ja mehr Glück, wer weiß. Wobei, eigentlich mag ich nicht diese Umgeradenzahlen. Nicht so ganz. Wenn wir eben Centbeträgen da noch spielen. Gucken wir mal, wie es läuft. Na, warum nicht? Probieren wir es. Den ersten Korrospin auf 1,50. Ja. Hätte man auch sich sparen können. Schade. 75 AGs wären das einfach gewesen, eine 5er Linie von Diamanten. Aber diese Andrische passiert ja eh viel zu oft. Okay, bei 120 wechseln wir wieder mal den Einsatz. Das hat uns ja überhaupt kein Glück gebracht bisher. Okay. Ja? 15 Korrospins. Geht doch. Besser als gar nichts. Wir wollen ja auch nicht gierig werden, aber ein bisschen was gewinnen wollen wir natürlich trotzdem. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Aktuell spiele ich jetzt einfach die Spiele, die mir gefallen, die mir Spaß machen. Aber es gibt bestimmt auch ganz viele Spiele, die ich noch gar nicht kenne, die ich gerne dann auch mal spielen kann und euch zeigen kann. Oh, mal gucken. Bei sowas Wichtigen verwandelt ihr ja auch nie die besten Symbole eigentlich. Und dann, wenn es nicht nötig wäre, gibt ihr uns ein Diamantensymbol. Und man dann aber nur noch eine Linie hat mit drei Symbolen. Schade. Und auswählst. Und auswählst. Ja, ist doch gut eigentlich. Ich habe ehrlich gesagt nur mit einem Buchstaben gerechnet. Nicht schlecht. Mehr als wir noch drauf haben. Vielleicht hätte ich diesen Einsatz doch nicht so vertäubt. Wenn du in 24 Uhr bist, dann los geht's. Ja, ich bin egal. Ja, ich bin ja ähnlich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Wir sind wieder bei 100 Euro beim Gewinn. Das ist gut. 12 Euro aus Wins. 12 Euro aus Wins. 12 Euro aus Wins. Das war jetzt nicht so prickelnd. Aber mit dem Automaten reicht es auch schon. Also macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und Ciao!